Musik Jerry gab mir eine Wasserflasche. Ich nahm sie und trank das ganze Ding in einem Zug leer und zwang mich aus der Hängematte aufzustehen. Ich muss hier raus. Es gab einen Unfall. Menschen sind gestorben. Cool, sagte er, aber du solltest wahrscheinlich nirgendwo hingehen, bis O'Brien auftaucht. Ich ignorierte ihn und verließ die Kammer auf meinen eigenen zwei Füßen. Die Schmerzen in meinem Bein waren schlimm, aber erträglich. Und ich würde die Sache lieber durchstehen, als mir die Ersatzkrücken von jemandem zu leiden. Als ich den Ladenraum betrat, stach mir die Kombination aus natürlichem und fluoreszierendem Licht ins Auge und brachte mich zu der Erkenntnis, dass ich absolut keine Ahnung hatte, wie spät es eigentlich war. Ist er das? Ich blickte mich um, um zu sehen, woher diese Stimme gekommen war und sah eine Frau in einer Deputy-Uniform, die mich direkt anstarrte. Sie war groß und attraktiv, hatte dunkle Haut, die Haare in einem Pferdeschwanz zusammengebunden und einen Ausdruck auf dem Gesicht, der sagte, denk nicht mal dran, irgendeine krumme Nummer abzuziehen. Sie hatte sich an den Tresen neben dem Kassierer gelehnt, der die ganze Zeit ein Buch zur Hand hatte. Er blickte zu mir hinüber, dann flüsterte er ihr etwas zu, das ich nicht hören konnte, was dazu führte, dass sie sich gerade hinstellte und ihren rechten Daumen an ihren Gürtel neben ihrem Pistolenhalfter legte. Ich habe diesen Tick schon mal gesehen. Sie war schießwütig und bereit, mich niederzustrecken, wenn die Situation es erfordern würde. Mr. Riggin? fragte sie. Ich stand völlig still, hob meine Hände auf die am wenigsten einschüchternde Art und Weise vor mich und erinnerte mich erst dann daran, dass ich noch frischen roten Nagellack auf meinen Fingernägern hatte. Officer? sagte ich. Sie brauchte eine Sekunde und versuchte wahrscheinlich herauszufinden, mit welcher Art von Verrücktem sie es zu tun hatte. Um dem zuvor zu kommen, versuchte ich, die Situation zu erklären. Es gab einen Unfall und ich möchte eine Aussage machen, aber ich wurde angegriffen und brauche medizinische Hilfe. Sie schob ihren Kopf leicht zur Seite und sagte, Sieht für mich aus, als ginge es ihnen gut. Bullshit tut es das. Ich war im Truck, als er sich überschlug. Welcher Truck? Verarschen Sie mich gerade? Scheiße, das ging zu weit. Jetzt waren die Finger an der Waffe bereit zum Ziehen. Ich musste mich einkriegen. Nach einem langen, absichtlichen, lauten Atemzug sagte ich, Tut mir leid, Officer. Ich bin ein wenig mit den Nerven am Ende, weil ich einen Unfall hatte. Das Fahrzeug, in dem ich war, ist von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Sie hatten einen Unfall? Ja. Wurde jemand verletzt? Wurde jemand verletzt? Das kam unerwartet. Wie lange war ich schon bewusstlos? Es gab keine Möglichkeit, dass sie das Wrack und die Leichen bis jetzt nicht gefunden hatten. Was bedeutete, dass sie mich entweder verarschen oder testen wollte? Wenn es Letzteres wäre, warum? Hat sie versucht, mich zu verwirren, mich dazu zu bringen, meiner eigenen Geschichte zu widersprechen? Da traf es mich. Das hier war ein Verhör. Es gab Leichen, Opfer und jemand musste dafür hängen. Ich wählte meine nächsten Worte sehr sorgfältig. Ja, bei dem Unfall sind drei Menschen gestorben. Ich kam direkt hierher, um die Polizei zu rufen, aber der Blutverlust hat mich daran gehindert. Ich kann sie direkt dorthin bringen, wenn sie wollen. Sie machte einen Schritt auf mich zu. Nur einen. Sie stellte sich zwischen mich und den Kassierer. Das ist interessant, dachte ich. Wenn ich nicht aufgepasst hätte, hätte ich es vielleicht verpasst, aber ihre Körpersprache übermittelte eine klare Botschaft. Ich war eine Unbekannte, eine potenzielle Bedrohung und ihre Priorität in dieser Situation war der Schutz des Mannes hinter dem Tresen. Was noch interessanter war, war das, was sie nicht tat. In Ordnung, Mr. Rigan. Wir nehmen mein Auto und Sie können mir genau zeigen, wo das alles passiert ist. Klingt das gut? Erst dann bemerkte ich ihren leichten Brooklyn-Akzent. Eines war sicher, sie war nicht von hier. Ich sollte ihr mal hinterher recherchieren, sobald ich wieder mein Handy hatte oder an einem Ort mit Internet war. Ja, okay. Sie gestikulierte zur Tür und ließ mich den Weg weisen. Ihre Hand verließ nie ihre Waffe, bis wir beide draußen waren. Sie hat die Sache nicht gemeldet. Ich hatte ihr gerade mitgeteilt, dass es drei Leichen gab und sie hat keine Funksprüche, Verstärkung, Krankenwegen oder irgendjemanden sonst verständigt. Es gab nur einen offensichtlichen Grund, warum. Sie musste bereits von dem Autounfall gewusst haben. Ich sah ihren Wagen auf dem Parkplatz stehen, der am weitesten von den Türen entfernt war. Rückwärts eingeparkt, ganz so, als stünde er für eine schnelle Flucht bereit. Ich ging zur Beifahrerseite und blickte zu ihr zurück, halbwegs in der Erwartung, dass sie die Waffe ziehen und mich erledigen würde. Aber jetzt, da wir draußen waren, wirkte sie wesentlich ruhiger. Nun? Fragte sie. Worauf warten Sie noch? Die Tür ist offen. Sie öffnete die Fahrerseite und setzte sich hinter Steuer. Sie zwingt mich nicht dazu, auf der Rückbank zu sitzen. Das ist gut. Glaube ich. Ich setzte mich auf den Beifahrersitz und legte sofort meinen Sicherheitsgurt an, aber bevor ich ihn einrasten konnte, schoss O'Brien schon mit dem Wagen auf die Straße. In welche Richtung? Ich zeigte zurück in die Richtung, aus der ich gekommen war. Bergab, abseits von der Stadt. Sie wendete mitten auf der Straße. Ich beobachtete den Straßenrand nach irgendwelchen Anzeichen des Bären oder des kleinen Mädchens, aber bei der Geschwindigkeit, mit der sie fuhr, bezweifle ich, dass ich sie bemerkt hätte. Selbst wenn sie direkt am Straßenrand gestanden hätten. Wir passierten den unbefestigten Weg, der zum Jagdrevier der Familie führte und ich machte mir eine gedankliche Notiz, später wiederzukommen, um herauszufinden, wo Ned meine Brieftasche und meinen Schlüssel liegen gelassen hatte. Es sollte hier sein, hinter der nächsten Kurve. Ich habe das Ereignis in meinem Kopf wiederholt. Etwa einen halben Kilometer geradeaus, dann kommt links ein Feldweg. Pah, der mir den Bauch schlug. Ihr perverses Gelächter. Der Pfeil. Der Stich. Schreie. Der Bär. In Ordnung. In Ordnung. Langsam. Es sollte gleich hier sein. O'Brien verlangsamte das Auto und machte das Blaulicht an. Wir waren genau an der Stelle, an der der Truck von der Straße abgekommen war. Und da war... Nichts. Wo? Fragte sie. Halten Sie den Wagen an. Ich bin aus dem Wagen gesprungen, noch bevor er ganz zum Stehen gekommen war und ignorierte den Schmerz in meinem Bein so gut ich konnte. Das war nicht möglich. Ich konnte nicht so lange bewusstlos gewesen sein. Sie hatten den Truck schon abtransportiert? Ich lief zur Böschung und stand genau dort, wo ich vor kurzem aus dem komplett demolierten Wrack gezogen worden war. Aber... Da war nichts. Keine Anzeichen eines Wracks. Kein Blut. Keine Trümmer. Keine Spurrillen im Dreck. Nicht ein einziger Grasham war umgeknickt. O'Brien stand immer noch neben ihrem Wagen und rief mir zu. Ich glaube nicht, dass es hier draußen war. Vielleicht sollten wir die Straße ein Stückchen weiterfahren. Das sieht für mich alles gleich aus. Nein. Ich bin mir sicher, dass es genau hier war. Nun, es ist nicht mehr genau hier. Also wie wäre es, wenn wir sie zurück in die Stadt bringen, damit sie eine Aussage machen können? Ich atmete tief durch und fing ein allzu vertrautes Aroma ein. Eines, das am Straßenrand in der Nähe eines dichten Waldes komplett fehl am Platz war. Gleichmittel. Ich sah mir noch einmal das Gras genau an und suchte nach allem, was beweisen würde, dass ich mir das alles nicht einfach nur eingebildet hatte. Ich ging wieder hoch zur Straße, um mir einen besseren Überblick zu verschaffen. Keine Bremsspuren, weder links noch rechts. Das war keine einfache, lass das Wrack verschwinden, Aktion. Hier muss ein Profi-Reinigungsteam am Werk gewesen sein. Sie hätten sich sehr viel Mühe gegeben, das Ganze zu vertuschen. Aber warum? Sieht diese Straße aus, als wäre sie kürzlich geputzt worden? Fragte ich. O'Brien spottete Noahs Antwort. Ich überquerte die gegenüberliegende Straßenseite und kniete mich nieder. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da drüben auch kein Wrack ist, Nagellack. Wer immer das war, hatte Ressourcen, von denen ich mir keine Vorstellung machen konnte. Das hat eine Menge Geld, Arbeitskraft und Präzision gekostet. Aber selbst die gründlichsten Reinigungsteams machten Fehler, wenn sie unter Zeitdruck standen. Ich griff ins Gras und hob eine winzige Scherbe von zerbrochenem Sicherheitsglas auf. Ein alter silberner Pickup-Truck hielt hinter dem Wagen des Deputy an und ich griff wieder nach dem leeren Platz auf meiner rechten Seite. Wie ein Phantomglied erwartete ich immer wieder, meine Pistole zu finden, nur um mich daran zu erinnern, dass ich genauso wehrlos bin wie vorhin, als die Familie darüber stritt, wer mich nun töten würde. Ein Mann stieg aus dem Truck und kam zu uns rüber. Ein großes, freundliches Lächeln auf den Lippen. Er war Ende 50 mit einem schmutzigen weißen Bart und einer Tarnweste. Ein in die Hose gestopftes weißes T-Shirt auf dem Bart, den über den Rand der Jeans quälten im Bauch. Moin! sagte er zu mir und ignorierte O'Brien. Warte, war es noch morgen? Ich hatte seit meinem Aufwachen keine Uhr mehr gesehen, aber es kann nicht sein, dass all das nur in wenigen Stunden gereinigt werden konnte. Hey! sagte ich zurück. Er lachte und erwiderte. Du siehst beschissen aus. Was ist passiert? Ich habe mich beim Rasieren geschnitten. Schließlich bestätigte er, dass O'Brien hier war, mit einem kurzen Blick zu ihr, bevor er zu mir zurückblickte. Sucht ihr was? Bevor ich antworten konnte, fing sein Handy an zu klingeln und er hob einen Finger in die Luft und holte es aus der Tasche. Ja? sagte er. Sein Blick zeigte nun leichte Verwirrung, bevor er das Handy vom Ohr nahm und sich umsah. Dann das Telefon anschaute, dann O'Brien und dann wieder mich. Dann fragte er, Ist einer von euch Eric Regan? Ich sah O'Brien an, die den Kopf schüttelte und leise lachte. Mich müssen sie nicht angucken. Ich bin Eric. Es ist, ähm, für dich. Ich steckte den Glasblatt in meine Tasche und ging zu dem Mann, der mir sein Telefon hinhielt. Diese ganze Situation überstieg die Kapazität meines Gehirns. Ich hatte keine Ahnung mehr, was hier eigentlich los war, wem ich vertrauen konnte und was überhaupt noch real war. Dabei merkte ich zum ersten Mal, dass sich meine Zunge besonders geschwollen anfühlte und ein warmes Gefühl mich durchströmte. Es hätte natürlich nur ein Nebeneffekt des Blutverlusts sein können, aber irgendwie führte sich das Ganze anders an. Ich entschloss mich dazu, dieses Gefühl zunächst einmal zu ignorieren und griff nach dem Handy. Hier spricht Eric. Endlich! Wo zum Teufel hast du den ganzen Tag gesteckt? Das war keine der Stimmen, die ich erwartet hatte, am anderen Ende der Leitung zu hören. Roger? Wen hast du erwartet? Den Weihnachtsmann? Wie hast du mich gefunden? Ich weiß solche Sachen, Detective. Es ist Zeit. Mir ein wenig zu vertrauen, okay? Ich weiß, dass deine Untersuchung heute Morgen ein wenig entgleist ist, was? Jemand verarscht dich, was ein gutes Zeichen ist. Sie versuchen, dich von der Pferde abzulenken, weil du Fragen stellst. Und sie sind es nicht gewohnt, dass Leute in dieser Stadt Fragen stellen. Du bist in ihr Vernissennest getreten und jetzt sind sie sauer. Ich lehnte mich von O'Brien weg und flüsterte diesen nächsten Teil ins Telefon. Roger, ich wurde angegriffen. Menschen sind tot. Wirklich? Er klang nicht allzu überrascht. Nun, wir werden uns später auf jeden Fall darüber unterhalten müssen. Fürs Erste habe ich Ihnen doch etwas in Vanessas Akte gefunden, das wir besprechen sollten. Du hast eine Waffe, oder? Ja, irgendwo. Lass sie verschwinden. Versenke sie im Meer, wenn es sein muss. Ich garantiere dir, dass die Ballistiker bestimmt schon deine Waffe in Verbindung zu ein oder zwei der offenen Mordzelle gesetzt haben. Sag mir nur eine Sache. Was zum Teufel ist hier los? Wer ist dem Bullen los? Ich weiß noch nicht, wem ich vertrauen kann. Und triff mich heute Abend um acht auf der Bowlingbahn. Komm allein. Pass auf, denn wahrscheinlich wirst du Verfolge abschütteln müssen. Und Detektiv? Ja? Geh duschen. Dann legte er auf. Ich sah O'Brien an, die sich gegen den Kofferraum ihres Autos lehnte, die Arme verschränkt hatte und mich beobachtete. Wer war dran? Fragte sie. Ich reichte dem Mann das Telefon zurück und zuckte mit den Achseln. Sieht so aus, als hätte ich einen großen Fehler gemacht. Aha. Fragte sie ungläubig. Ja. Antwortete ich. Sie fuhr mich zurück zur Tankstelle, während ich mir eine Geschichte über einen schweren Fall von Schlafwandeln zusammenspinnte. Ich habe ihr versichert, dass das Ganze ein Figment meiner Einbildung gewesen sein muss. Dass ich in diesem unbewussten Zustand in den Wald gegangen sein muss, mich dabei ziemlich schlimm zerkratzt habe und komplett verwirrt und fertig war, als ich es wieder herausgeschafft hatte. Entweder nahm sie mir meine Geschichte ab oder sie hatte ihre eigenen Gründe, sie zu akzeptieren. Sie machte auf mich nicht den Eindruck einer Idiotin, also nehme ich an, dass es wohl Letzteres gewesen sein muss. Wie auch immer, es war wohl besser, die Sache nicht weiter zu vertiefen. Sie brachte mich zu meinem Auto und warnte mich gerade heraus, bevor sie weiter fuhr. Ich weiß nicht, was Sie denken, welche Antworten Sie finden werden, aber ich würde nicht mehr lange hierbleiben, wenn ich sie wäre. Wir haben den Kerl, der Vanessa getötet hat. Und glauben Sie mir, mit etwas Abzuschließen ist im Allgemeinen überbewertet. das ist das, was wir sehen, dass wir hier verfolgen. Das ist der Herbst, der wir sehen, was wir sehen, als wir alle unbeziehungsweise 2016-2021. Ich bin hier også im Allgemeinen über Election. Ich bin hier bei der Angelegenheit.